Ich wirke so stupide. Ich gehe nicht raus zum Einkaufen. Das ist wahrscheinlich so viel wert. Der nächste Faktor ist, ich gehe nicht so oft raus. Steht da wirklich drauf als nächster Faktor. Ah ja, lustigerweise tatsächlich. Also ich bin nicht oft unterwegs und da draußen in der Welt. Und deswegen bestelle ich so viel bei Amazon. Das ist ein Nebeneinander. Das ist sehr zahnradmäßig. Aber was ich auch gerne mache ist, ich bestelle gerne bei Lieferservices. Also hin und wieder mal. Und seitdem ich weiß, dass der Burger King ein Lieferservice hat und ich mir meine Pommes liefern lassen kann und ich immer zum Burger King fahren muss, gibt es öfter Burger King Bestellungen. Mein Vater zum Beispiel mag gar keinen Lieferservice. Aber wer fragt ihn schon? Er zahlt es ja nur. Das war's mit ihm. Und dann kommen gleich die letzten zwei. Ja, eigentlich der letzte. Also dann ist eigentlich eine gute Idee, weil ich zu meinem letzten werde euch noch ein kurzes Video drehen. Und dann sehen wir uns bei meinem letzten Video wieder. Bis dann. Tschüss!